Bordbuch der Keberpreis ist der 14.05.2012. Der Hänger steht um 21.24 Uhr. Das ist Lutz, unser freundlicher Baumpfleger von der Firma Astwerk, der uns freundlicherweise den Hänger hierher geschleppt hat mit diesem tollen Baumpflege-Mobil. Tschüss Lutz! Der Film fängt schon an, ne? Ah, hier habe ich wieder einen Stein gefunden. Die erste Kebablume. So. 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 Bis zum nächsten Mal.